Mitten im Festival-Gewirr entdeckt Rakapit ein bekanntes Gesicht, Andreas Schubert. Na, wie warst du in Skandinavien? Moin! Ja, gut hingekommen, oder was? Du hast doch einen Auftritt gehabt, oder? Was? Hast du einen Auftritt gehabt? Ich hab immer einen Auftritt. Und, hast du eine Prämierung schon gehabt, oder was? Nee. Wollt's nicht? Noch keine Prämierung, weil ich mach da eine mit. Warum nicht? Der Auto ist ja top. Der Auto ist ja top. Mach aber nicht. Ich will Gaudi haben, mit keinem Party machen, mit Kollegen mal einen trinken. Ja, ja, mit Kollegen mal eben leicht ein trinken, mit keinem Scheißen labern und ja, Sonntagabend 10 Uhr ist schlecht, tschüss, gibts in den Abend. Morgen ausschlafen und ab nach Hause, bei mir ist morgen wieder volles Programm. Den graust man jetzt schon wieder von meinem Papierkrieg, aber so ist das Leben, hart aber herzlich. Ja, wir schauen, was wir das Beste heute draus machen, trotz Scheißwetter. Ja, Andi muss man dabei sagen, selbstständig und dann noch fahren, der hat eine Menge Moron, wollte ich nicht haben, mit Sicherheit nicht. Also, das ist Wahnsinn. Also, ich weiß ja nicht, wie alt du wirst, aber ich wünsche dir alles Gute, ey. Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, mein Regen, Kindergeburtstag ist auch vorbei. Ja, ich weiß ja, wir setzen jetzt mal. Ja, ich weiß ja. Okay. Ja, ich weiß ja ja. Bis zum nächsten Mal.